hallo hallo hier war ich Hüge und ich habe mit rechts nachgekommen auf unserem Rostinkanal und so ein kleines FNAF-Fank-Game, wo ich meinen Namen TAM, T-A-A-N, The Survival, oder so ähnlich. Ist mit der Unreal Engine gemacht und ja, es ist so auf jeden Fall ein FNAF-Game, man sieht es. Vor allem noch ganz herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer, ohne dies ja alles gar nicht machbar zu realisieren wäre, vielen, vielen Dank Freunde. Wir können jetzt spielen, Free Roam oder Play? Wir spielen einfach mal Play. Wir haben hier und hier. Tod Survival. Äh, ist wieder so ein Spiel, wir haben links, rechts, also, ja, links, mitte, rechts, Rosti, du bist schon da so voll hast. Also, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wir können uns nicht bewegen. Wir können nur links, rechts gerade ausschauen. Ich habe schon, glaube ich, zigmal gesagt, Leute, wenn ihr schon eine Unreal Engine benutzt, dann macht ein gescheites Spiel raus, ein richtiges FNAF-Spiel und nicht immer dieselben Standard-Kackerspiele und dann freut euch, ah, ich, ich bin ja der Master of Unreal Engine. Lasst es lieber sein, macht ein gescheites Spiel mit Clickteam oder sonst was. Aber sowas, das ist, das ist für mich, das ist für mich kein Fun. Wissen Sie, was ich meine? Das bringt mir absolut herzlich wenig. Und jetzt kommt da noch keiner. Jetzt kommt überhaupt keiner mehr. Was passiert, wenn ich auf die Escape mache? Ich kann auch eine Tür schließen. Die Tür kann ich schließen. Und Freunde, ich komme nicht zurück ins Menü. Hall. To. Cameralsystem. 6 a.m. Ja, Strike. Ja, Strike! Oh, Jesus, really? Ich spiele mal Free Roam. Play. Mal schauen, was das ist. Free Roam. Oh, jeez. Tisch Free Roam. Die Uhr oben rechts. 12 Uhr. 12 Uhr. 12 Uhr. Really? Play. Meine Flex Light. Meine Flex Light. Ich kehre. Ja. Nein, das kommt schon, wenn es da sein Volk aus ist. Das steht er. Arschbocken. Ich bin schneller als du. Da vorne ist ein rotes Licht. Warum? Jo, jetzt kommt der auch noch. Ja, hol ich wohl. Jetzt haben wir schon zwei so Idioten an der Hacke. E. Man muss E drücken. Hinten war der Boni. Da muss ich E drücken. Hinten steht der Boni. Ich verstehe da. Vollidiot. Es nervt einfach nur das Spiel. Das Spiel kann einem nur nerven, weil es einfach nur... Ich weiß nicht, dass es so ein Spiel ist. Ich weiß nicht, dass es so ein Spiel ist. Es ist so ein Spiel. Einmal und nie wieder. Das soll jetzt kein Hate oder sonst was sein. Das ist einfach nur die Realität. Die traurige Realität. Jo, gleich beide. Alle klar. Back. Free Rome. Nein, back. Play. Wieso geht jetzt die Tür nicht zu? Chamberlade. Chamberlade. Ich habe das. Hall 1. jetzt geht die türe bitte zu na ist es denn die möglichkeit und ich komm ich komm ich komm nicht raus oh no das ist mies in meinen augen ist es ein mieses fnaf game weil es ist 08 15 ganz ganz niedriges 08 15 unreal engine fnaf game ob jetzt noch eine demo oder sonst was ist mir egal das ist dreck sowas ist in meinen augen einfach nur müll das macht einfach keinen spaß und habt ihr so an sowas spaß ich nicht danke sexy das muss nicht sein freunde wir bedanken der alte laptop spinnt moment sorry one moment das war hier tarn der survival ein mieses game äußerst mies nothing wir bedanken uns auf jeden fall bei euch fürs zusehen würden uns freuen wenn ihr euch einschalten wenn ihr auf unserem rostekanal bitte bewertet euch das video schreibt was in die kommentare aktiviert die glocke und falls ihr noch kein abo habt einfach nur auf die kleine marchperne drücken und press the head button zu subscriben ansonsten ist das leben hau zu passen miteinander passt auf euch auf übertreibt es bleibt gesund und munter und es ist so ich weiß nicht im moment ist es sehr kühl ich hab kalte Hände häh ihr kommt zum Ende wir sagen zu müde und führe dich gut ich muss jetzt überlegen soll ich jetzt noch mal schreien oder so ich weiß es nicht freunde macht's gut i love you wir sehen uns thank you ach ich kann nicht mehr bei